Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Info-Video und zwar geht es darum, um 22 Uhr circa werden der Faustus und ich uns wieder mal durchschlagen durch die Zombie-Horden. Vielleicht ist der Wöldern auch noch mit dabei, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall spielen wir nicht das normale Seven Days, sondern Seven Days Starvation. Das ist ein kleiner Mod, wir sind da auch schon ziemlich zugegangen, ich glaube siebte, achte Tag sind wir jetzt glaube ich, das heißt noch heute werden wir leider nicht erleben, aber vielleicht so ein paar Abenteuer und ja, wir sehen uns um 22 Uhr hier auf YouTube, also bis gleich meine Freunde, ciao!